Ein Flugzeug liegt im Abendwind, an Bord ist auch ein Mann mit Kind. Sie sitzen sicher, sitzen warm und gehen so dem Schlaf ins Gar. In drei Stunden sind sie da, zum Wiegen feste der Mama, die Sicht ist gut, der Himmel klar. Ein Flugzeug ist gut, der Himmel klar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020